ja hallo und herzlich willkommen zusammen zu dieser neuesten ausgabe let's play world of tanks und heute habe ich mir mal wieder die su 12244 rausgesucht weil ich habe mit erstaunen festgestellt dass wir diesen doch sehr häufig geschnitten panzer das letzte mal vor über einem halben jahr hier auf dem kanal gesehen haben dachte mir wenn ich jetzt eine gute runde bekommen dann zeige ich dir und lucky kit hat hier eine eingesandt und was ich eben schön finde dass er kaum schaden über 300 meter macht sondern die meisten ist darunter und dann auch auf einer karte wie paris die ich persönlich jetzt nicht so gut leiden kann da dachte mir ja da schauen wir doch mal rein was er da so geschaffen hat also ich bin sehr neugierig mal gucken was er da so im stande ist zu leisten erstmal ist jetzt aber ganz schön viel los der erste hv den hat einmal ordentlich daneben gesenkt aber man muss natürlich auch sagen den muss man erstmal treffen weil die su obwohl die idee und so aber nicht so ganz genau da gibt es doch den ein oder anderen tank der da mal ein bisschen genauer ist aber jetzt hat er die hellcat hier rausgenommen und hat da den killshot gemacht und da jetzt der jagdpanther direkt vielleicht da das nächste ziel und genau so ist es und das ist halt das schöne bei der su der alpha schaden der stimmt einfach da kriegt man den gegner sofort mal ein bisschen angst eingeflößt nämlich 390 und das für einen 7er premium das kann man schon durchaus lassen jetzt macht er da so den einen oder anderen blindshot ins gebüsch aber jetzt denkt er sich nee das wird da nichts mehr und stellt sich ein bisschen um so da den sehr schön in den schweden seitlich erwischt aber natürlich jetzt nicht so den dicken damage gemacht aber mit dem zweiten trifft man besser und der hat dann auch gut funktioniert sehr fein gemacht und da hat er den raus genommen so und jetzt geht es ab in die stadt da der ui natürlich den am am turm beschießen also eigentlich am besten da ist er halt sehr weich und da hat man auch glaube ich ganz gut gesehen dass der schuss ein wenig hoch geflogen ist also hat da den turm auch so wie ich das genau beschädigt wie gesagt oi immer turm da macht ihr es euch am allerleichtesten so und da wollte den t34 85 m beschießen von den zeit einige gibt aber der erste saß noch nicht der zweite es ist kein leichter schuss man sieht diese leute sehr schwierig rein zu bekommen vielleicht jetzt ja genau so ist es aber auch hier 340 schaden also ein bisschen pech gerade mit dem roll gehabt so und jetzt hier seitlich da kommt der schwede rum aber auch hier hat er nicht sollen sein jetzt muss aufpassen der s1 ist ein sehr ernst zu nehmender gegner da der am x der hat hier einfach mal versuchte irgendwie zu servieren aber das war dann doch eine erde traurigen versuche muss man sagen so jetzt auch hier einiges oh ja der ud ist sehr schön und jetzt geht er rein jetzt oh jetzt falle dem anderen einfach mal so aufs dach drauf so der ud ist und jetzt wird es eigentlich war das ein eigentlich war das ein zu krasser ruf muss man sagen jetzt hat er nicht hinter sich den e8 aber der hat irgendwie verschossen beziehungsweise der macht ihr gar nichts er denkt sich ach das macht der andere schon und da in dem augenblick hat er jetzt einmal hier den die su hinter sich zündet ihn auch an so jetzt steht er dem e8 direkt manu amano aber alles halb so wild der ud ist von seinem team hat hier seine kanone beschädigt aber ist alles egal sechs kills hat er gemacht und der move zum schluss war wirklich sehr spannend und kurios muss man ganz klar sagen wie es ist und da ist auch schon die runde beendet ja wahnsinns coole runde lässiger lässiger abgang würde ich mal sagen und das in gerade mal bisschen weniger als sechs minuten so soll es sein jetzt gefallen ich hoffe ich auch wünsche ansonsten alle noch einen ganz schönen resttag bis zum nächsten mal euer ecker ramba